Das ist die Adidas Tiro 17 Polyesterjacke. Mit der Polyesterjacke gibt es eine Sport- und Teamjacke, die entweder vor dem Sport getragen werden kann oder auch direkt zum Sport. Für den Sporteinsatz hat die Adidas Tiro 17 Polyesterjacke ein Polyestermaterial mit 100%. Das Polyestermaterial ist dabei strapazierfähig und leicht dehnbar, sodass eine besonders gute Passform entsteht. Dafür, dass die Jacke besonders gut sitzt, sorgen auch Bündchen an den Armen und im unteren Bereich ebenfalls ein kleiner, lockerer Bund, der jedoch relativ offen gehalten ist. Das Adidas Logo ist in dem Falle bei der Polyesterjacke eingestickt und somit ergibt sich ein edlerer Look bei der Polyesterjacke. Die Polyesterjacke verfügt über einen großen Reißverschluss, einen inneren Bereich, der ohne Mesh Innenfutter kommt und somit ist es eine Jacke, die eindeutig auch für den aktiven Sport gedacht ist. Im Rückenbereich setzt sich das zweifarbige Design der Tiro-Linie fort und somit ergibt sich eine Jacke, die ganz im Look der Tiro-Linie gehalten ist. Ihr könnt die Adidas Tirojacke entweder für euch, für euer Training verwenden, für euer Team verwenden und selbstverständlich auch mit Beflockungsmöglichkeiten.